hallo und herzlich willkommen bei beanie books ich habe dieses mini album gebastelt ich hoffe ihr hört jetzt nicht zu sehr das gewitter im hintergrund bei uns ist es ganz schön am rumpeln hier oben ist noch eine tasche gemacht habe ich dieses album nur aus einer seite und zwar habe ich den bogen 30x30 genommen den habe ich mir in der mitte gefalzt und zweimal quer hier oben eingeschnitten und hier unten einmal eingeschnitten und habe mir das dann so gefaltet dass ich nachher dieses buch bekomme aber ich zeige euch das noch im video genau wie das geht benutzt habe ich dafür einmal diesen block und einmal diesen block und den basic block dekoriert habe ich das album mit diesen 3d-stickern und diesen tags ja und wenn ihr sehen möchtet wie ich das album gemacht habe dann schaut euch doch mein video an ich wünsche euch viel spaß dabei und dann und dann und dann Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.